Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder ein Beauty-News-Video für euch. Also ich gehe mit euch ein paar Neuheiten durch, die in den letzten Wochen auf dem Beauty-Markt erschienen sind bzw. angeteasert wurden, die es demnächst geben wird, je nachdem. Und erzähle euch meine Meinung dazu, ob ich sie kaufen will, ob ich sie blöd finde, ob ich sie nicht kaufen will. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt gerne dran. Ich habe mir wie immer ein paar Screenshots auf dem Handy gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich da immer so hingucke, weil da sind letztendlich die Bilder drauf, dass ich auch weiß, was ich hier mit euch besprechen will. Und wir fangen jetzt erstens mal an mit drei neuen Mini-Paletten von Juvia's Place, die rauskommen sollen. Und da gab es ja schon mal diese Mini-Paletten, da gab es eine Nude-Palette, da gab es eine Chocolate-Palette. Ich weiß gar nicht mehr, welche anderen Farben da noch mit bei waren, aber es waren vier Stück auf jeden Fall. Und jetzt haben sie nochmal drei neue rausgebracht und zwei sind sich, naja, ähnlich würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber eine geht so in diese pinkere Richtung, also so ein bisschen knalligere Farben auch. Eine ist so ein bisschen in die Mauve-Richtung und dann haben wir noch eine Taupe-Palette, die sehr, sehr kühle Töne mit drin hat. Und ich denke mal, die werden auch viele schön finden. Die sieht auch richtig schön aus, muss ich tatsächlich sagen. Also von den dreien, die es jetzt neu geben wird, gefällt mir die Taupe-Palette mit am meisten, weil einfach ich schon so viele, ja, Mauve-Farben in meiner Sammlung habe und natürlich auch Pink-Farben. Und in dieser Pink-Palette ist auch so ein koralliger Ton mit dabei. Also sowas habe ich schon zuhauf in meiner Sammlung. Finde ich trotzdem schön. Also sagen wir es so, wenn ich gar keine Palette in meiner Sammlung hätte, würde ich die alle drei schön finden und würde sie wahrscheinlich auch alle drei zu meiner Sammlung hinzufügen wollen. Aber da ich, wie gesagt, von Mauve- und Rosatönen schon umgeben bin, wäre wenn dann die Taupe-Palette was für mich. Die finde ich sehr, sehr interessant und da habe ich jetzt noch nicht super, super, super viele, weil ich immer der Meinung bin, so kühlere Töne stehen mir nicht so unbedingt. Aber ich möchte mich trotzdem mal so ein bisschen mehr in diese Richtung ran trauen, sage ich jetzt einfach mal. Also zusammenfassend kann man sagen, die Taupe-Palette interessiert mich sehr. Die anderen beiden, dadurch, dass ich sie halt schon sehr häufig in meiner Sammlung habe, nicht unbedingt. Qualitativ war ich ganz zufrieden mit diesen Mini-Paletten, die ich von Juvia's Place hatte. Die wurden mir ja zugeschickt von Purish. Ich denke mal, die wird es auch wieder bei Purish geben. Da hatte ich ja getestet diese bärige Palette und diese kleine lilane und die fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Also insofern steht dem eigentlich nichts im Wege. Dann gibt es auch eine neue Palette von P. Louise und da muss ich leider sagen, mir gefallen die Farben nicht so hundertprozentig. Also die wäre auf jeden Fall nicht auf meiner Wunschliste. Das ist so eine... Ich habe leider schon die Screenshots zurechtgeschnitten. Ich kann den Namen nicht mehr sehen. Also ich weiß leider nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele Blautöne mit drin und so grünlichere Töne. Aber die haben alle so ein bisschen so einen schlammigen Unterton, so einen dreckigen Unterton. Und das gefällt mir irgendwie insgesamt nicht. Also ich habe kein Problem damit, wenn da mal so zwei, drei Töne dabei sind, die so sind. Aber irgendwie sind es mir hier einfach zu viele. Und auch da muss ich sagen, bei Blautönen habe ich einfach so viele in meiner Sammlung, die ich auch toll finde, die wirklich gut funktionieren. Da brauche ich jetzt nicht noch 20 weitere Paletten, die so sind. Insofern, da würde ich definitiv erstmal aussetzen. Aktuell ist es ja auch wieder so, dass super viele Beauty-Brands neu gelauncht werden. Von verschiedenen Stars, also von irgendwelchen Celebrities. Und jetzt ist es so, dass Lauren Conrad auch eine Beauty-Marke gründen wird. Und die ersten Fotos, die davon jetzt schon gezeigt wurden, finde ich leider super interessant. Es erinnert mich ein kleines bisschen, diese Potts, die man da so sieht, erinnert mich so ein kleines bisschen an RMS Beauty. Die haben ja auch so eine ganz schlichten kleinen, ja, Potts, die so einen weißen Deckel haben, wo ganz klein so das Logo draufsteht. Also absolut schlichtes Packaging, aber sehr, 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 sehr schön. Die Farben, die da sind, gefallen mir extrem gut. Ich muss sagen, ich habe auf Facebook jetzt schon öfter gelesen, wie ganz, ganz viele sich darüber aufregen, dass so viele Stars jetzt damit rauskommen und so weiter. Und ja, es sind wirklich viele. Aber es stört mich jetzt nicht unbedingt. Also natürlich, man braucht nicht noch 20.000 Millionen Beauty-Brands auf dieser Welt. Wir haben einfach schon so viele, dass wir auch so schön überfordert sind. Und es gibt einfach Monate, wo man denkt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles bezahlen soll, was ich gerne hätte, so gefühlt, wenn tausend neue Launches rauskommen, die interessant sind. Und da jetzt noch mehr Marken auf den Markt schmeißen. Aber letztendlich, ich kenne sie jetzt zum Beispiel, Lauren Conrad, verfolge ich überhaupt nicht. Also weiß ich zum Beispiel auch gar nicht, ob das schon lange eine Passion einfach von ihr ist, dass sie sich mit diesem Make-up- und Beauty-Thema auseinandersetzt. Dass sie das für sich vielleicht gerne macht, dass es quasi wie so ein Hobby ist, so wie bei mir halt, dass ich das ja auch gerne mache. Dass man vielleicht daher sagen kann, okay, es macht Sinn bei ihr. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es keinen Sinn macht, wenn sie da irgendwie Lust drauf hat, so what? Es zwingt einen ja keiner, das zu kaufen. Letztendlich müsst ihr das entscheiden, ob ihr es schön findet oder nicht. Und deswegen würde es mich auch nicht stören, wenn jetzt noch 20 Stars damit rauskommen würden. Also insofern, ich entscheide letztendlich auch vom Produkt her. Also natürlich, wenn es gewisse Stars gibt, die was rausbringen, wo ich, ja, wo ich die sehr mag, wo ich vielleicht viele Filme von denen geguckt habe oder irgendwas, dann würde ich vielleicht auch eher was kaufen. Aber sie kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht, die Lauren Conrad, und finde aber trotzdem die Marke bisher sehr interessant. Also man müsste natürlich dann abwarten, was alles insgesamt rauskommt. Aber diese Pöttchen, das sieht so ein bisschen aus wie so Creme-Blushes halt. Bin ich ja derzeit sehr interessiert dran. Auch die Lippenstifte gefallen mir sehr gut, auch die Farben gefallen mir sehr gut. Insofern bin ich da ziemlich gespannt drauf, wobei ich nicht weiß, wie gut die für uns erreichbar sind. Also ob man die Sachen dann problemlos nach Deutschland bestellen könnte oder irgendwas. Aber das bleibt erstmal noch abzuwarten. Sol de Janeiro bringt drei Lip Patters raus. Und ich denke mal, die Marke ist euch bekannt von diesem wahnsinnig berühmten, berüchtigten Creme-Pot, den die haben. Das ist diese Bum-Bum-Creme, heißt die, glaube ich. Diese brasilianische Bum-Bum-Creme. Creme. Creme. Die riecht extremst lecker. Ich hatte da mal eine Probe davon, aber die ist auch ein bisschen sehr, sehr aufdringlich. Also da muss man, finde ich, Lust drauf haben. Ich könnte die nicht jeden Tag benutzen. Und ja, jedenfalls haben die jetzt drei neue Lip Butters rausgebracht. Und da finde ich eine Farbe auf jeden Fall sehr interessant von, die in diese nudigere Richtung geht. So ein bisschen mauve aussieht. Finde ich extrem schön. Und wäre ich auch gewillt, mir zu holen, weil letztendlich so Lippenprodukte, also Lippenpflegeprodukte kann man immer mal gebrauchen. Die braucht man relativ schnell auf. Insofern, ja, wäre ich da gewillt, das zu holen, wenn das dann zu Douglas oder so kommt, das mal zu testen. Da wir gerade beim Thema Lippenpflegeprodukte sind, auch Fenty bringt drei neue Farben von ihren Pro Kisser Lip Balms raus. Und die finde ich auch super, super schön. Also da sind auf jeden Fall zwei Farben, die mich interessieren. Das ist einmal die Farbe Latte Lips und einmal Pinch Me. Das ist so ein koralliger Ton und ein rosaner Ton. Dann gibt es natürlich auch wieder so einen bräunlicheren Ton, aber die mag ich an mir nicht so gerne. Deswegen würde ich da auf jeden Fall aussetzen. Würde ich aber gerne mal probieren. Über die habe ich bisher nur Gutes gehört. Letztendlich steht ja auch wieder so ein bisschen der Winter bevor. Dann steht wieder die Lippenpflege ganz, ganz oben auf der Liste, weil meine Lippen einfach todestrocken werden im Winter. Das ist so krass. Abgesehen davon bringen sie aber auch noch andere Produkte raus, nämlich einmal einen Augenbrauenstift. Also nicht Stift an sich, sondern so ein Wachs, quasi wie so ein durchsichtiger Wachsstift, dass man einfach die Augenbrauen so ein bisschen damit fixieren kann. Das ist jetzt nicht so ganz auf meiner Prioritätenliste ganz oben. Da bin ich jetzt nicht so versessen drauf. Brauche ich nicht unbedingt. Ich habe so ein paar Augenbrauengele, aber ich muss auch sagen, meine Augenbrauen sind auch nicht super störrisch. Also wenn ich die am Tag nicht fixiere, dann ist es so. Dann sehen die aber auch nicht total wüst oder krautig aus, sondern ja. Also das stört mich jetzt nicht so doll, deswegen würde ich das nicht holen. Dann haben sie auch noch zwei Paletten wieder rausgebracht. Fenty hatte ja diese Mini-Paletten gelauncht. Davon habe ich mir damals keine geholt, obwohl sie mich auch ein bisschen interessiert hatten. Aber da waren die Refuse auch so vernichtend. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskamen, waren auch die, die ich natürlich interessant fand, alle ausverkauft direkt. Deswegen, ja, und danach hat es mich irgendwie einfach nicht mehr so interessiert. Und auch die beiden Farben, die jetzt neu rauskommen, sind nicht so meins. Also die finde ich einfach nicht ansprechend. Das sind nicht meine Farben. Die grüne Palette, ja, grün ist ganz schön, aber naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die anderen Farben sind mir auch wieder ein bisschen zu, ich will nicht sagen langweilig, aber ist jetzt einfach nichts, was mich wahnsinnig doll reizt. Ich bin derzeit sowieso so ein bisschen übersättigt. Also ich habe das Gefühl, von den ganzen neuen Launches, die rauskommen, will ich gefühlt gar nichts haben. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenig, was mich da interessiert derzeit. Aber vielleicht liegt es auch einfach wieder so am Sommer, dass ich so ein bisschen so eine Schminkflaute habe, weil es einfach viel zu heiß ist, um sich zu schminken. Ja, ich werde sehen, wie es sich im Herbst entwickelt. Aber aktuell bin ich den meisten Launches gegenüber so ein bisschen so, nee, muss nicht sein. Pat McGrath hat eine neue Collection rausgebracht. Unter anderem ist da auch eine kleine Lidschattenpalette bei. Und da ist das Packaging einfach so unfassbar schön. Ich liebe das Packaging von Pat McGrath. Die macht das so, 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 so schön. Und vor allem sieht diese Mini-Palette vom Packaging so aus wie die aus der Star Wars Collection und nicht wie die anderen, die sie sonst hatte, wo man das immer so, also hier die Palette und dann musste man das so zweimal zuklappen, was die Palette unnötig fett gemacht hat. Und in der Star Wars Collection hatte sie es ja hingekriegt, dass sie das nur einmal so gemacht hat, was deutlich dünner war und ein bisschen praktischer. Und so sieht die Packung jetzt auch wieder aus. Also ich hoffe, sie behält das bei. Das gefällt mir nämlich tausendmal besser. Abgesehen vom Packaging, der Inhalt, ja, ist ganz hübsch, aber auch nicht alle Farben. Also da sind wieder so zwei, drei Töne dabei, wo ich mir denke, ja, die wären ganz schön. Zum Beispiel dieser wahnsinnig schöne, helle, rosane Ton. Andererseits, die habe ich natürlich auch schon ein paar Mal. Der goldene Ton ist auch total hübsch, aber Gold habe ich auch schon zuhauf. Also da werde ich nicht zuschlagen vorerst. Die ging auch schon online, das habe ich schon mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt aktuell vielleicht ausverkauft ist oder nicht, aber da habe ich jetzt nicht zugeschlagen bei der Collection. Generell bei gar nichts davon. Denn da kamen auch neue Lippenprodukte raus. Ich bin ja so ein bisschen so ein Sammler bei Lippenprodukten von Pat McGrath, weil mir einfach die Verpackung immer so gut gefällt. Ich finde die super hübsch und bin so ein kleiner, das war ich bei MAC früher, jetzt ist es Pat McGrath wahrscheinlich eher geworden, also es hat sich so ein bisschen gewechselt, dass ich so die verschiedenen Limited Edition Lippenstiftpackungen einfach haben möchte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht doch noch eine oder zwei davon kaufen möchte. Zum Beispiel die Farbe Nude Venus finde ich sehr schön, das ist so ein Nude Ton. Aber abgesehen davon sind es jetzt auch keine Farben, die mich unheimlich vom Hocker holen. Also auch da würde ich dann erstmal sagen, es muss nicht unbedingt sein. Dann endlich mal weg vom Lidschatten-Thema. Es gibt einen neuen Brow Pencil von Benefit, nämlich den Brow Micro Filling Pen. Und den habe ich tatsächlich schon da, weil der mir zugeschickt wurde von Benefit. Das ist dieser hier, den habe ich auch heute benutzt. Den habe ich auch im Urlaub jetzt ein paar Mal benutzt, wo ich die letzten Tage an der Ostsee war. Und da war ich auch auf das Online-Launch-Event eingeladen von Benefit. Also das war tatsächlich auch mein erstes Launch-Event und überhaupt mein erstes Zoom-Meeting. Ich war so ein bisschen nervös davor. Aber es war echt ziemlich cool. Und da wurde letztendlich der Stift vorgestellt. Der hat das Besondere an dem, nämlich der hat hier drei so, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, aber ich blende euch ja sowieso ein Foto ein. Der hat drei so kleine Spitzen. Und wenn ihr den dann quasi so ansetzt, könnt ihr damit so diesen Micro Blading-Effekt erzielen. Also dass man quasi wirklich einzelne Härchen damit aufzeichnet. Und was ich an dem so unheimlich gut finde, ist, dass es so schnell geht. Ich bin ja morgens so ein ultra fauler Mensch. Ich habe keine Lust und keine Zeit, hier stundenlang zu sitzen, meine Augenbrauen zu machen. Ich brauche Produkte, die schnell gehen, die so ein bisschen auffüllen, die so ein bisschen die Augenbrauen betonen, dass man einfach, ja, dass das Gesicht ein bisschen mehr Struktur bekommt, ein bisschen markanter wird. Ich habe keine Lust, hier mit einer Brow-Pomade zu sitzen und da stundenlang präzise alles selber zu zeichnen. Ich nehme ja oft diese gefärbten Augenbrauen-Gele, die funktionieren für mich auch ganz gut, aber hat manchmal auch den Nachteil, dass die natürlich nicht so sehr auffüllen können, wie zum Beispiel ein Stift. Und der ist richtig, richtig cool. Wie gesagt, der macht halt so einzelne Härchen, ist auch, oh, jetzt habe ich das zu schräg angesetzt, ist auch nicht so doll gefärbt, also da braucht man keine Angst haben, dass das irgendwie komisch aussieht oder unnatürlich, die Striche, die der macht. Ich glaube, aus der Ferne sieht das jetzt aus wie ein Haufen einfach nur, also wie so ein Strich, aber das sind so ganz kleine drei Striche, sage ich jetzt mal nebeneinander. Unabhängig davon, dass ich den zugeschickt bekommen habe, den hätte ich mir definitiv auch so geholt, weil das halt einfach danach schreit, was ich morgens will. Es geht schnell, es geht einfach und es füllt die Augenbrauen ein bisschen auf und ich muss keine Angst haben, dass ich da irgendwie total präzise sein muss, sondern das kann man schnell mal so durchziehen und fertig ist. Also ich bin von dem Ding auch total begeistert. Ich habe es jetzt wie gesagt im Urlaub häufig benutzt, aber abgesehen davon, das ist auf jeden Fall ein Launch, der mich sehr interessiert und Benefit ist ja total bekannt für Augenbrauenprodukte, insofern auch ein naheliegendes Produkt. Dann wird es von Hourglass eine neue Kollektion geben und das ist die At Night Collection. Da ist ein Lippenstift mit dabei, dann ich glaube wie so eine Art Lip Oil und ein Blush. Und wenn dann interessiert mich davon der Blush, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das ist so ein bisschen so eine herbstliche Farbe, so ein wirklich dunkles, dunkles, bäriges Rot. Die Lippenprodukte stehen jetzt nicht so auf meiner Liste ganz oben, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so überzeugt von. Also die Farben sind nicht unbedingt zu meins. Bei Lippenprodukten mag ich ja eher Nude-Töne und wenn es schon so dunkle Rottöne sind, dann muss es auf jeden Fall ein Liquid Lipstick sein, weil ich hasse Lippenstifte in dunklen Rottönen. Mag ich einfach nicht, hält mir zu wenig. Und Liquid Lipsticks trage ich ja derzeit nicht mehr so. Also Lippenprodukte, da bin ich tatsächlich raus. Aber wenn, dann fände ich den Blush-Ton sehr schön. Dann kommen wir natürlich noch zum größten Launch, der die letzten Tage schon wieder ordentlich durchs Netz gegeistert ist, den ich auch auf Facebook in unzähligen Posts schon gesehen habe, wo auch Meinungen dazu ausgetauscht wurden, unabhängig von den Produkten logischerweise zu der Person an sich. Ihr könnt es euch vielleicht denken, Jeffree Star Cosmetics launcht eine neue Collection, die Nude-Töne beinhalten wird. Und ich habe das Video nicht dazu gesehen. Ich habe nur die Bilder jetzt halt im Internet gesehen. Insofern kann ich da jetzt nicht zu viel zu sagen, was er sich dabei gedacht hat oder sonst was. Aber es wird eine Nude-Palette geben, die komplett aus matten Tönen bestehen wird. Eine große Palette. Ich glaube, das sind die 30 Lidschatten, die dann immer da drin sind. Und es wird auch wieder eine Mini-Palette geben mit neuen Lidschatten. Und da sind dann wohl metallische Töne dabei. Heißt, wenn ihr komplett nur matte Lidschatten mögt, dann reicht für euch diese 30er Lidschatten-Palette. Wenn ihr schimmernde Farben haben wollt, dann müsst ihr zwangsläufig die kleine mit dazu kaufen oder ihr greift halt einfach aus Sachen zurück, die in eurer Sammlung schon drin sind. Aber matte Töne sind, wie gesagt, nur in dieser großen Palette drin. Also keine anderen Töne, keine Übergangstöne oder keine metallischen Töne, meine ich. Unabhängig von meiner Meinung zu Jeffree Star als Person, das möchte ich jetzt erstmal kurz noch hinten anstellen, finde ich die Palette relativ langweilig. Also ich werde sie nicht holen, weil ich sie langweilig finde tatsächlich. Ich habe in meiner Palette-Sammlung schon unzählige Nude-Töne. Und ich bin tatsächlich auch kein Fan von rein matten Lidschatten-Looks. Das werdet ihr vielleicht schon mitbekommen haben, wenn ihr mir eine Weile folgt. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz selten meinen Look gemacht, der komplett nur matt ist. Das heißt, da kaufe ich 30 Farben als Lidschatten-Palette und habe nicht einen einzigen Schimmershade drin. Nein, ist nicht mein Ding. Das Einzige, wo ich das wirklich akzeptieren kann, weil ich das da eher mag, ist, wenn es so richtig knallige, bunte Farben sind. Weil da habe ich auch ziemlich, ziemlich viele in meiner Sammlung schon, wo ich einfach sehr, sehr viele schimmrige Lidschatten-Shades habe. In Blau, in Rosa, in Lila, in Grün, in allen möglichen Farben, aber nicht so viele matte Töne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen kompletten Look nur in Grün schminken will, brauche ich halt einfach auch verschiedene matte Töne. Deswegen habe ich zum Beispiel von Beauty Bay habe ich eine Palette da diese, ich glaube, da sind 42 Lidschatten drin oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komplett in matt. Das finde ich aber auch okay. Wie gesagt, da habe ich mich dafür entschieden. Aber bei Nude-Tönen ist es für mich überhaupt kein Thema, nur matte Farben zu benutzen. Nein, das ist nicht mein Ding. Deswegen finde ich die relativ langweilig und absolut uninteressant. Und dann noch dazu, diese 9er-Palette gefällt mir auch nicht wirklich, diese metallischen Farben. Natürlich, da sind zwei, drei drin, wo ich sagen würde, okay. Aber die große Ansicht ist mir an sich ein bisschen zu dunkel. Also dieser Rotton in der Mitte, den würde ich zum Beispiel nie benutzen. Und auch links unten und rechts unten die beiden dunklen Töne wahrscheinlich auch einfach nicht. Insofern wären die auf jeden Fall für mich raus. Dann launcht er dazu auch noch neue Liquid Lipsticks. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die neu sind. Das, wie gesagt, ich habe das Launch-Video dazu nicht geguckt. Auf jeden Fall gibt es Liquid Lipsticks dazu und Lipglosse. Lipglosse ist immer so ein bisschen die Sache. Da bin ich sehr, sehr großer Fan davon. Ich muss tatsächlich auch sagen, qualitativ fand ich seine Lipglosse auch immer gut. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich nicht meckern kann. Und es kommen wohl auch noch Puder dazu raus. Da wäre ich auch raus, weil ich habe noch ein Puder von Jeffree Star Cosmetics. Das würde ich erst mal auch brauchen wollen. Da sehe ich jetzt keine, ja, da sehe ich jetzt einfach nicht die Notwendigkeit, neue Puder irgendwie zu kaufen. Und ganz abgesehen davon aber, also das Einzige aus dieser kompletten Kollektion, was mich irgendwie interessieren würde, wäre, wenn dann die Lipglosse. Aber da sage ich mir, ich habe auch mittlerweile schon so viele schöne Glosse, dass das nicht unbedingt mehr sein muss. Und jetzt kommt auch noch das große Aber dazu. Ich habe mich dazu entschieden, Jeffree Star nicht weiter zu unterstützen. Das heißt, ich werde auch seine Produkte nicht mehr kaufen und auch nicht mehr reviewen. Und ich habe euch noch eine Review versprochen zur Cremated Palette von Jeffree Star. Ich muss sagen, da kämpfe ich mit mir aktuell, dass ich mich überhaupt dazu motivieren kann, das zu benutzen. Weil ich einfach so, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, angewidert mittlerweile davon bin, dass ich sie gar nicht mehr benutzen möchte. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die in einem Video irgendwie nochmal zeige oder nicht. Das weiß ich jetzt aktuell noch nicht, aber die Sachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind über ihn, die seit Jahren teilweise bekannt waren, die ich für mich immer versucht habe auszublenden, die kann ich jetzt nicht mehr ausblenden. Und es sind einfach wirklich für mich, ich bin an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich unterstütze ihn nicht mehr, in keinster Weise. Ich werde keine Produkte mehr von ihm kaufen. Und wenn ihr dazu Infos haben wollt, wenn ihr dazu wissen wollt, weil ihr vielleicht das überhaupt nicht verfolgt habt und jetzt gar nicht wisst, warum, was ist los, was ist passiert, dann bitte schaut mal in die Infobox in meinem, also unter dem Video hier. Ich verlinke euch mal Kathis Videos dazu. Schaut sie euch bitte an, auch wenn sie etwas länger gehen. Super informativ, super gut aufgearbeitet und spiegelt eins zu eins meine Meinung wieder. Ich kann das so unterschreiben, sage ich jetzt mal, was sie sagt. Ich habe mich auch, bevor sie diese Videos überhaupt online gestellt hat, lange mit ihr darüber ausgetauscht, über das Thema. Sie hatte mich mal in einem FaceTime-Anruf, also wir hatten mal telefoniert und da hatte sie mich mal auf ein Thema angesprochen, wo ich überhaupt nicht wusste, was dahinter steckt. Und hat mir dann auch Videos dazu geschickt, die ich mir alle angeguckt habe. Und dann habe ich auch noch selber dazu recherchiert. Und das sind wirklich Sachen, wo ich sage, es geht für mich nicht mehr. Ja, Gott sei Dank finde ich diese Kollektion, wie gesagt, auch super langweilig. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mit mir selber dazu sagen, ich möchte nicht mehr, sondern das fällt mir wirklich leicht, das zu sagen. Das Problem so ein bisschen wird natürlich in Zukunft sein. Ich fand seine Produkte ja teilweise immer sehr gut. Also die meisten, gerade Lidschattenpaletten, gab es einige, die mich wirklich begeistert haben. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch mal noch schwer werden für mich. Aber wenn ich mir dann einfach vor Augen führe, der Mensch, der dahinter steht, hat in seinem Leben einfach viele Entscheidungen getroffen, die ich nicht unterstützen möchte mehr in Zukunft. Und deswegen ist das für mich ein leichtestes zu sagen. Und ich weiß, dass auf Facebook sehr, sehr viele Diskussionen zu diesem Thema kursieren. Es werden in den Beiträgen auch immer wieder Kommentare dazu abgegeben, dass man ja die Produkte kauft. Und die anderen Marken haben ja auch alle Dreck am Stecken. Und ich kaufe ja die Produkte, weil ich die gut finde und nicht den Menschen dahinter. Mag sein. Das ist eure Meinung. Oder das ist die Meinung von Leuten, die ich jetzt auf Facebook, wie gesagt, gesehen habe. Meine Meinung dazu ist halt eine andere. Sicherlich haben manche Marken auch Dreck am Stecken. Man weiß nicht immer alles von den Leuten. Das ist einfach so. Und auch bei Jeffree Star habe ich eine lange Zeit darüber hinwegsehen können. Aber jetzt nicht mehr. Es sind einfach für mich Sachen offenbart worden, die ich nicht mehr ignorieren kann und möchte. Und deswegen ist das meine Meinung und das wird sich in Zukunft auch nicht mehr ändern. Insofern, ja, wird es von mir keine Videos mehr zu den Jeffree Star Produkten geben. Themenwechsel. Es gibt eine neue Palette von Be Perfect. Das ist die neue Karneval Palette. Und ich liebe ja die Karneval Palette, die sie ursprünglich mal rausgebracht haben. Ich wollte mir tatsächlich auch mal die Karneval XL Pro, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie die heißt, kaufen. Also die neuere, größere davon. Und die neue sieht jetzt aber, finde ich tatsächlich, der wieder sehr ähnlich. Also es sind halt sehr, sehr viele bunte Farben und Be Perfect kann das wirklich gut. Aber ich muss leider sagen, dadurch, dass ich halt schon eine Palette in dieser Art habe, brauche ich die nicht unbedingt. Also natürlich sind da nicht alles eins zu eins die gleichen Farben drin, aber ich sehe viele Ähnlichkeiten und muss tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich darauf verzichten werde, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass ich eventuell meine alte Be Perfect Palette abgebe und mir die neue dafür hole, weil die ist halt auch super, super schön und da sind mehr Farben drin. Und in der ganz, ganz alten Be Perfect Karneval Palette sind ja nicht so viele Farben drin gewesen. Also das wäre vielleicht der einzige Deal, den ich mit mir selber machen könnte sozusagen, aber ich werde die nicht zusätzlich noch kaufen, weil das ist einfach, das tut einfach nicht Not bei mir. Ich habe so viele schöne bunte Farben, wie gesagt, in der ersten Palette schon drin davon, heißt, das brauche ich nicht unbedingt. Und einen aller, aller, allerletzten Screenshot habe ich noch auf meinem Handy, nämlich von Colourpop What's eine neue Kollektion geben, die Candyland Collection. Und die sieht total süß aus. Ich finde das Design richtig, richtig hübsch. Die geben sich ja immer total viel Mühe dabei. Da haben wir auch wieder eine Lidschattenpalette dabei, die jetzt auch mal so ein, ich sag mal, Standardformat hat, also so ein bisschen rechteckiger und nicht, was Colourpop ja sonst immer gemacht hatte. Diese 9er Paletten zum Beispiel. Also die Form ist jetzt so ein bisschen mehr Standard, würde ich einfach sagen. Die Farben sind ganz cute da drin, aber auch leider nichts, was mich vorm Hocker haut. Also da würde ich auf jeden Fall auch aussetzen, auch wenn mir das Design total gut gefällt. Und dann gibt es noch so ein paar andere Produkte mit in der Collection, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig weiß, was das alles sein soll. Also das eine sieht aus wie so ein, vielleicht so ein Bodypuder oder sowas, weil da so ein riesiger Powderpuff mit dabei ist. Ähm, und das sieht aber auch so ein bisschen Highlighter-mäßig aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als komplettes Gesichtspuder nimmt. Und dann gibt es auf jeden Fall zum Beispiel auch noch Lipglosse. Die finde ich eigentlich ganz süß und Lippenstifte auch. Aber es ist leider alles nichts, wo ich sagen würde, die Farben sind so toll, dass ich sie unbedingt haben will. Also auch das gibt es in meiner Sammlung schon zuhauf. Da sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin sagte. Aktuell interessiert mich einfach nicht so viel an Make-up. Ich hoffe, das wird zum Herbst wieder anders. Aber auf jeden Fall verpackungstechnisch ist Colourpop wieder ganz oben mit dabei. Also das finde ich mega, mega süß einfach. So ihr Lieben, dann sind wir mit dem Video tatsächlich auch schon fertig. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure meist erwünschtesten Launches sind. Also worauf ihr euch am meisten freut, wo ihr unbedingt zuschlagen wollt. Würde mich extremst interessieren. Und kommentiert mir auch mal, ob es euch ähnlich wie mir geht, dass ihr derzeit gar nicht so viel Lust auf Make-up habt. Also euch die ganzen Launches nicht wirklich so interessieren. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar dazu da. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Alles gut.